Die zwei Gorillers. Und das ist? Das ist der Löwenkopf, doch. Das ist der, den müssen wir mitnehmen. Dann sind das die zwei Adler, die sie haben. Okay, dann müssen wir den Adler von draußen auch noch mitnehmen. Das ist also der und einer steht noch mit der Halle draußen. Okay, die zwei Bilder zeige ich dir jetzt noch. Wo sind die? Na, das gibt es jetzt aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Das ist jetzt irgendwie sehr salzsam. Siehst du irgendwo kreisrunde Bilder? Paul, weißt du wo die zwei Donen da sind, die von der Edelgard? Wem mitgegeben?